hallo minecraft willkommen zurück bei minecraft ähm wie heißt das hier? der 1, ne quatsch ähm 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 captive minecraft captive genau so heißt ja wir haben unten ein bisschen platz gemacht sind gerade gestorben ich muss mich jetzt beeilen um vielleicht ein paar sachen wieder zu bekommen vielleicht nehme ich auch ein paar blöcke mit wäre sinnvoll weil die haben mich gekillt ich habe meine sachen wieder das hat funktioniert wenigstens etwas jetzt bauen wir als erstes hier mal zu die sind alles so aggro hier warum denn? was habe ich denen denn getan? nichts habe ich denen getan und trotzdem sind die so böse auf mich da liegt noch da lag noch irgendwas ist aber egal ist egal das holen wir später nichts überstürzen ich futter mal lieber was ich futter mal lieber was habe ich den knochen noch? die spinne hängt da auch noch rum ich hätte gern die kiste geöffnet das machen wir jetzt das kriegen wir hin da ist kohle 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 hätte ich auch gern hätte ich nämlich kein fackelproblem mehr also müssen wir hier kurz mal was bauen so passt und hier haben wir auch noch Eisen dann können wir uns eine Rüstung machen wenn wir davon genug Regen vorausgesetzt da ist noch mal Clay noch mal Eisen passt doch alles ah so kohle wollte ich abbauen jetzt machen wir erstmal das Eisen voll weg was muss ich denn mit dem Clay machen? muss ich den zu Blöcken machen und dann da irgendwo hin platzieren? kohle wollte ich abbauen Dino macht doch hin kann man das mit einer Steinspitze abbauen? ja doofe Spinne da hinten ist gerade nichts dann sollten wir hier doch vielleicht irgendwie zubauen ach das reicht nicht doch hier können wir so können wir so können wir bauen hier hoch und da rüber da haben wir ein bisschen Blick darüber was die Zombies machen und trotzdem sind wir relativ sicher die Kiste können wir auch abbauen haben wir ja schon alles rausgenommen ich habe einen Flint gekriegt sehr schön ah warte Kohle ja ein interessantes Höhlensystem ist hier unten ich denke das ist auch sehr wichtig da kommen wir noch nicht dran was war da Kohle nee so warte irgendwo war hier Blue Stained Clay stand da irgendwo das stand doch hier immer hier das hier was muss ich denn jetzt damit machen Clay ich vermute also ich vermute ich stelle jetzt eine Vermutung an ich muss den Clay einfärben und dann damit irgendwas bauen auf jeden Fall haben wir Bonemeal und damit können wir den Boden damit sollten wir eigentlich Brot haben wir Brot genau Brot könnten wir damit machen wenn wir hier das so anwenden oh da ist ein kleiner Baum gewachsen so ich habe keine ich habe keine Axt mehr also Handarbeit Hängt er in der Borde fest? oh ist denn oh raw chicken eine Angel können wir uns machen ich mache jetzt mal hier oben noch ein bisschen ähm Werkstatt damit wir nicht immer runter müssen ich glaube zumindest dass so eine Angel ging jawohl und dann können wir theoretisch hier fischen und dann mal irgendwie Luftblasen kommen aber die sehe ich ja hier gerade gar nicht ähm kann ich auf den Block auf den kann ich auch dann platzieren wir platzieren wir hier mal noch eine Fackel und den hier machen wir mal weg und platzieren den mal da und dann noch eine Fackel so dann gucken wir mal ob man einen Fisch gleich kriegen können weil wir müssen ja äh einen Fisch braten das ist immer noch nicht ach das ist über dem Spawnpunkt hier so so jetzt Angel Angel raus Angel rein gucken mal das letzte Mal geangelt habe ich im Skyblock das ist schon eine ganze Weile her hm kommt da was kommt da nix jawohl ich habe einen Fisch dann können wir das nächste äh Achievement eigentlich machen einen Fisch braten ne warte oder Catch and Cook Fisch das können wir machen wenn wir noch äh Kohle hätten habe ich alles in Fackeln investiert gehen wir mal gucken ob wir da unten noch ein bisschen Kohle finden wenn wir hier Fackeln gemacht haben dann sollte man die auch nutzen so ich baue hier einfach mal weiter aus und ich hoffe dass ich dann noch irgendwo auf Kohle stoße oh 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 so haben wir uns zugebaut wieder eine Kohle ja besser wie nichts würde mancher sagen ich finde es trotzdem ein bisschen mau und hoffe dass ich bald noch ein paar mehr kriege immer schön probieren ringsrum schon auszuleuchten dass da nicht so viel Mobspawn entsteht oh der hat mich jetzt ein bisschen überrascht jetzt wollte ich denn einen String noch haben um vielleicht einen Bogen zu machen dabei ist mir direkt aufgefallen äh du hast eigentlich gerade beide Strings verbraucht um ähm die Dings zu bauen die Angel habe ich gleich gemerkt aber jetzt gucken wir nochmal ob wir hier noch ein bisschen Kohle finden aber es sieht schlecht aus eine Hammer glaube ich gekriegt eine Hammer glaube ich gekriegt eine Hammer glaube ich gekriegt und Gravel haben wir hier nochmal aber Gravel wollten wir eigentlich brauchen wir jetzt eigentlich im Moment nicht aber das lässt sich einfach abbauen vielleicht gibt es ja doch noch irgendwo Kohle ne egal dann ähm gehen wir jetzt mal den Fischbraten das Achievement abschließen Gohle hoffentlich wird aus der Ro Salomon äh ein Raw Fisch sonst habe ich Pech gehabt ja der zählt der zählt sehr cool ähm das Eisen werde ich gleich noch in den Ofen hauen so dann gucken wir mal nach den Achievements ah warte mal Brot backen äh Brot machen können wir auch noch so Kuchen Kuchen braucht ein bisschen ähm Brunnen Eisen ein Kilometer mit der Bahn Traveln das ist ja eine ganze Ecke so ich hatte eigentlich hier schon ein bisschen ausgebaut damit wir hier mit Stufen unseren Weg nach oben bahnen können das ist sehr nett das ist sehr nett ein Ochse habe ich gekriegt den pflanzen wir wieder ganz außen an das Wasser wird auch immer mehr so dann machen wir nochmal zwei Felder hier auch gut 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 es geht voran es geht voran in Minecraft Captive und das war es auch schon wieder von der heutigen Folge Minecraft Captive ah nein erst nehmen wir noch die Kiste mit Lingering Potion of Luck das heißt die sollten wir wohl nehmen wenn wir uns äh dem Diamanten nähern dann sollten wir die trinken gut 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 gefällt mir alles bis dahin ja wir haben hier äh was zu essen wir haben hier ähm alles mögliche alles mögliche was wir brauchen haben wir hier Essen tun wir mal noch darüber Zombiezeug hier rein ihr wisst ja ich brauche immer eine gewisse Ordnung sonst äh sieht es bei mir schlecht aus Flitz nochmal auf da rein gut also der ist noch da hin der ist da hin Guckdinger kommen oben drüber das machen wir so also kommt der Fisch auch da hoch ein Steak warte mal das ist Raw Porkchop ne so ähm Zombie Gedöns kommt noch da hin sehr gut es geht voran in Minecraft Captive und ich freue mich dass ihr dabei seid und vielleicht auch beim nächsten Mal wieder reinguckt sechs äh zwei vier sechs ne das reicht nicht für eine Rüstung noch nicht ah aber hier haben wir noch ein bisschen Eisen nochmal vier Eisen und im Cobblestone Block der im Weg ist da müssen wir noch mal ein bisschen umbauen ach da oben hängt wieder einer gut so dann kommen wir hier auch komplett mit Stufen nach oben ach hier haben wir noch gar keine zum Glück ist der vorbeigerannt und der nicht der war ein bisschen aufmerksamer so wir bauen hier nämlich so ein bisschen Weg dann ist es ein bisschen einfacher hier immer rumzulaufen ja da müssen wir nicht immer äh springen verbrauchen wir weniger Hunger Autsch fallen mal runter da müssen wir aufpassen so aber im Allgemeinen passt das jetzt so alle Stufen sind platziert wir haben ein paar Achievements gemacht heute mal ein bisschen eine längere Folge weil ich einfach die Zeit eigentlich vergessen habe oder beziehungsweise ich das hier mit den Stufen fertig bauen wollte damit ich da eben nicht immer springen muss auf jeden Fall bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal Ciao Minecraft